Willkommen zurück bei Pokémon Schwarz. Im letzten Part ist Henning hier hingekommen und er hat ein Fahrrad bekommen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich werde jetzt erstmal ins Pokémon Center fahren, weil die Pokémon wahrscheinlich angeschlagen sind und das ist nicht so gut. Na komm, ich bin hier rein. Danke. Gut. Ähm, bevor ich das mache, werde ich erstmal, ähm, das Fahrrad auf Y stellen, damit ich nicht immer diese Probleme habe in Sachen, ähm, ja, Fahrrad runtergehen oder so. So, Pokémon heilen. Dankeschön. Gut. Jetzt werde ich mal in Richtung Arena gehen, weil ich nicht genau weiß, was ich jetzt machen soll. Okay. Dann gucke ich mal, hier drin ist N. Okay, was will der denn hier? Das ist Team Plasma. Sie haben sich ins Innere des Vergnügungsparks geflüchtet. Folge mir. Was will der denn? Will der kämpfen oder was? Merkwürdiger Kauz. Weit und breit, niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad. Vielleicht sehen wir sie aus der Höhe. Ich liebe Riesenräder. Mechanik in Perfektion. Mathematische Präzision. Okay. Was lässt du mir damit sagen? Ist das normal, dass die Musik so lahm ist? Ach, ich denke mal schon. Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Joa, cool. Und dann? Jesus, hab mich um meine Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Ja schon. Es kommen ja jede Generation neue, ne? Es sind ja bis jetzt 649, oder? Oder 48? Ach, keine Ahnung. N. Alles in Ordnung? Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, flieht ihr von hier. Also dann, Meniks. Teils zu meiner Vision. Falls du die Wahrheit sprichst, so bin ich erfreut. Also dann, auf meine Zukunftsvision. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen. Aber damit Team Plasma fliehen kann, muss ich dich aufhalten. Oh mein Gott. Epischer Boss. N. Yay. Kämpfen. Als erstes setzt er ein. Garnovil ein, okay. Okay, weil er ein Garnovil einsetzt, werde ich das Pokémon jetzt wechseln. Und zwar, ich wechsle jetzt zu. Da kommt zuletzt Mario, weil Garnovil ist ein Unlichtboden-Pokémon und wie jeder weiß, ist Kampf gegen Unlicht sehr effektiv. Oh, es setzt Gewissheit ein, aber das ist nicht sehr effektiv. Am Stoß. Oh Mann, Item-Sperre. Was will der denn damit anfangen? Und Klatsch. Und Pam. Und Klatsch. Perfekt. Ah, das ist ja fast gar nichts an Erfahrung. Aber trotzdem erreicht Terribug das nächste Level. 25 nämlich. Und als nächstes setzt ein Simphulara ein. Simphulara ist ein Flug-Pokémon. Deswegen wechsle ich mal lieber zu Terribug. Sonst wird das hier böse und das will ja keiner. Gut, Terribug. Dann zeig mal, was du drauf hast. Gut. Ein Simphulara ist sehr stark. Gehört zu den stärksten Pokémon bis jetzt im Spiel, weil, ja, es ist halt sehr stark und Psych-Strike kann mir die Übel zu. Ähm, ja, keine Ahnung. Oh, ja. Dein Pokémon-Team sieht glücklich aus. Das fände ich auch. Ich hoffe mal, wir verwirren uns nicht. Ja, haben wir auch nicht getan und wir haben Simphulara besiegt. Okay. richtig viel Erfahrung bekommen und jetzt noch ein Zurück-Hacks. Das Zurück-Hacks werde ich wieder mit Let's Mario oder Verkokel besiegen. Gut, dann werde ich jetzt mal wieder einen Armstoß einsetzen. Das wäre mal wieder sehr effektiv. Dürfen sogar öfters angreifen als zweimal. Fünfmal sogar. Perfekt. So muss es sein. Klasse gemacht. Und wir erreichen das nächste Level. Nämlich Level 27. Das ist gut. Als nächstes setzt N ein Flampion ein. Flampion ist ein Feuer-Pokémon. Ich bleibe einfach mal drin mit Let's Mario, weil Let's Mario hat ja Walzer drauf. Das werde ich direkt mal einsetzen. Ist Flampion? Ne, es ist noch kein Kampf Pokémon. Das ist gut für mich. Und nochmal Walzer. Bam. In your face. Geohnt. Let's Mario, der King. Hat's alles geschafft hier und hat N besiegt. Terribug hat natürlich auch was gemacht, aber nicht so viel, leider. Ich habe verloren. Was ist an mir, die Zukunft zu formen? Das ist meine Aufgabe. Oh, sieht gut aus. Dazu werde ich den Champ übertreffen. Ich werde einzigartig sein, keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher mit den Pokémon zusammen zu sein? Dann erlange alle Orden dieser Region und ich begib dich zur Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Bist du dir sicher, N? Aber falls du nicht von ganzem Herzen an deine Idee glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Okay, ja, okay. Mal sehen. Wir werden es ja in den späteren Parts dann sehen, wie es dann läuft. Bin ich eigentlich jetzt geheilt? und aufs Fahrrad wollte ich nicht. Aber trotzdem bin ich geheilt. Nee. Schade, dann fahre ich halt ins Pokémon-Center mit dem lieben Fahrrad. Juhu! Das geht ja richtig schnell. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Okay. Dann werde ich jetzt wieder die Pokémon heilen und dann werde ich in die Arena gehen, um da zu gewinnen. Trotzdem kaufe ich mir jetzt erstmal bei dem netten Herrn da drüben. Na komm, lass mich in Frieden, liebe Schwester. Bei dem netten Herrn hier drüben kaufe ich mir erstmal ein paar Heil-Items, weil in der Arena gibt es Elektro-Pokémon und die haben meistens irgendwie so ein Paraheiler. Ich meine, die haben meistens so Statik oder so und deswegen wird man halt paralysiert und das will ich nicht, deswegen ein Paraheiler. Und noch zur Not kaufe ich mir nochmal ein paar Supertränke. So, passt. Gut, dann werde ich jetzt erstmal in die Arena gehen, um dort zu gewinnen. In diesem Part werde ich die leider nicht ganz schaffen, aber trotzdem haben wir viel in dem Part dann geschafft. Hier ist es. Boah, die sieht stylisch aus. So, was ist denn hier schönes? Da staunst du Bauklötze, was? Wie du sehen kannst, ist die ganze Arena eine einzige Achterbahnfahrt. Wie dem auch sei, das hier ist für dich. Ein Tafelwasser, okay. Dankeschön, lieber Herr. Mannix verstaut das Item Tafelwasser in der Medizintasche. Zunächst einmal steigst du in den Wagen ein und auf den größten stellst du dann die Weichen um. Manchmal steigst du auch in den Wagen eines besiegten Gegners und fährst weiter. Stück für Stück näherst du dich so der Arena-Leiterin. Übrigens, Elektroattacken sind anfällig gegen Bodenattacken. Ja, das wusste ich. Gut, dann werde ich erstmal mit Terribug als erstes in den Kampf ziehen. Na, komm. Ah, danke. Ich dachte schon, ist es ein Bug? Kann ja alles passieren. Gut, da ist auch schon die erste Trainerin. Soviel du angezogen bist, sieht man dir so fordern, dass du aus Avenitia bist. Ist das so? Okay. Finde ich nicht. Aber, ja, ist ja deine Sache. Gut, dann zeig mir nochmal deine Pokémon. Du hast ein Emolga. Das Emolga könnte ich mit Let's Mario sehr gut besiegen und ich hab grad irgendwelche Lags, aber ich hoffe, die legen sich jetzt einfach mal. Okay. Dann werde ich jetzt mal Kraftschub einsetzen, weil mit Kraftschub kann ich ja meinen physischen Angriff und meinen speziellen Angriff erhöhen, aber der physische ist mir jetzt mal wichtiger. Und dann werde ich Knirscher einsetzen. Ich hoffe mal, das ähm, zieht mal mehr als die Hälfte der KP ab. Das wär sehr schön. Ja, passt. Und dann noch mal Knirscher. Gut. Okay, Emolga hätte mir besiegt. Und, boah, wie viel Erfahrung ich für diese Missgeburt bekomme. Unglaublich. Und dann nochmal ein Emolga. Ich kämpfe weiter mit Terribug, weil mit Terribug hat das ja gerade sehr gut geklappt. Oh, nochmal Verfolgung. Oh, man. Die Attacke ist sehr stark. Ähm, für die jetzigen Verhältnisse und ich bin paralysiert. Das war mal wieder klar. Dankeschön, liebes Emolga. Du hast mich mal wieder geärgert. Verfolgung. Oh, ja. Wir können angreifen und besiegen dieses Emolga. Jetzt werde ich nach dem Kampf mal ein Paraheiler einsetzen, weil ich möchte ja nicht weiterhin paralysiert in einen Kampf treten. Das wäre ja nicht so gut angebracht. Ähm, wo haben wir die Sachen denn? Hier in der Medizinbox, oder? Jo. Paraheiler einsetzen für Terribug. Jo, perfekt. Und dann würde ich nochmal einmal Tafelwasser einsetzen für Terribug. Dann hat er wieder viele KP. Okay. So. Dann werde ich wieder auf den Knopf drücken und dann habe ich jetzt die Weiche umgestellt. Der Achterbahnwagen fährt jetzt in eine andere Route. Okay. Ich kann jetzt anscheinend so ein wenig weiterkommen. Jetzt bin ich hier. Gut, dann gehe ich mal zu diesem Trainer. Bestimmt so ein Schnösel. Sein mir begrüßt, Herausforderer. Meine Eltern sind stillreich. Ich würde jetzt nur ungern mit dir tauschen. Ja, wirklich? Nicht? Ich habe doch die geilen Pokémon und du bist ein Spaten. Das ist eine Kohle. Du Ahnd. Was ist das für ein Name? Ahnd. Nichts gegen die Leute, die Ahnd heißen. Aber durch Pokémon lernt man halt immer neue Namen. Besonders auch merkwürdige Namen. Also ich kenne definitiv keinen, der Ahnd heißt. Oh, Funken Sprung. Die Attacke habe ich damals in Pokémon Platin sehr oft mit meinem Luxra benutzt. Die war auch immer in meinem finalen Moveset. Ich weiß, die Attacke ist nicht so sondern nicht gut, aber ich habe die halt immer benutzt, weil die halt zu Luxra gepasst hat. So, einmal hier auf den Knopf drücken und dann können wir hier diese rote gehen. Hallo? Ich möchte weiter. Hallo? Ah, Dankeschön. Ah, das ist sogar ein Typ drin. Was willst du denn? Hat dir die Achterbahnfahrt Spaß gemacht? Joa, rasant so eine Achterbahnfahrt. Und genauso rasant geht es jetzt bei unserem Pokémon Kampf zur Sache. Okay. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Stelian. Sorry. Oh, Mann. Bin halt auch noch ein bisschen erkältet. Ist ja im Sommer so. Ja, aber ernsthaft, warum ist es im Sommer so kalt in Deutschland? Oh, fast gewonnen hittet. So. Na, kann auch an der Ice Bucket Challenge liegen, obwohl ich den nicht gemacht habe. Also, ich mache generell sowas nicht, weil ich bin halt nicht so einer. Ich mache halt nicht die ganze Zeit die ganze Sachen, die halt größere YouTuber machen. So, bin halt kein Mitläufer oder ähnliches. Aber ich finde gut, dass die mich nicht paralysieren. Danke von, Dank an euch. Also, ihr seid wirklich sehr nett, liebe Elise Bast. Können mich alle Schock, oder ne, Schockwelle war es ja nicht. Das war Donnerwelle, genau. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. So wie du kämpfst, musst du dich nicht mal vor Camilla verstecken. Ebenso elegant und schön wie sie schön, sagst du. Okay, dann will ich sie mal kennenlernen. Na, komm. Ma, ich will fahren, ey, das dauert immer so lange. Damit wird der Part nur in die Länge gezogen. Findet ihr zwar gut, aber, ja, ich finde es halt nicht so gut beim Hochladen. Dauert wird ein paar Minuten, Stunden, mehr. Ja. Oh, das sieht geil aus. Und, wow. sowas hätte ich nicht gedacht. Aber das Geile ist, auf meiner Straße wird momentan Glasfaserkabel gelegt. Also, ich finde das sehr, sehr gut, weil, dank dem Glasfaserkabel kann ich halt bald schneller Videos hochladen und bald kann ich halt auch mehrere Sachen im Internet machen. Ich kann in Full HD gucken und so weiter und, ja, wir kämpfen jetzt erst mal gegen diese Kämpferin. Ich wurde von Camilla ausgebildet. Ich werde keine Schande über diese Arena bringen. Was? Okay. Mir ist echt aufgefallen, wie arrogant die Leute hier in der Arena sind. Also, das ist wirklich nicht mehr so schön anzusehen. Okay, Terry Bark, wir schaffen es doch, oder? Imolga haben wir ja schon vorher ein paar Mal besiegt. Kraftschub. Oh, Schockwelle. Es ist möglich, dass wir diesmal paralysiert werden. Ist halt nur diesmal nicht so gewesen. und ich glaube, den nächsten Schlag überlebt Terry Bark nicht. Deswegen setze ich einfach mal Ach, nee, ist doch falsch. Einen Super, oder nee, Trank? Nee, Super Trank, komm. So geizig bin ich jetzt mal nicht. Ey. Okay, eine Schockwelle. Wie blöd, dass du mal guckst. Höh. Gut, dann setze ich einmal Knirscher ein und dann müsste das eigentlich für die Hälfte gegessen sein. Boah. Oh, schade. Wäre das ein Volltreffer gewesen, wer Imolga jetzt besiegt. Oh, jetzt kommt Funkensprung. Oh, komm schon, ey, das passiert echt immer, ne? Äh, äh, Ich mach jetzt einfach mal nen Troll. Vielleicht besiegt Zorokex das ja, oh, nein. Verfolgung kann sehr böse sein, wenn ich das Pokémon zurückziehe und dann das gegnerische Pokémon halt, äh, Verfolgung einsetzt. So, ich setz mal Finte ein. Vielleicht treff ich ja und vielleicht macht es Schaden. Es wär auf jeden Fall jetzt sehr angebracht. Ja, nee, ist klar. Nur mal Finte. Äh, äh, komm schon, komm schon. Was ist was? Yay, Finte trifft und tot. Zorokex hat's geschafft. Hochmut. Okay, Hochmut scheint wirklich eine geile Fähigkeit zu sein. Ich hab's zwar noch nie mit einem Zorokex im Team gekämpft, aber ich glaub wirklich, dass Zorokex eine sehr gute Fähigkeit hat. Vielleicht war diese Fähigkeit sehr selten, aber mir ist auch egal. Oder Henning, wir werden's halt nicht ins Team nehmen. Es war mir eine Ehre, gegen einen so stolzen und starken Trainer wie dich anzutreten. Ja, vorher. Oh, du bist scheiße. Und jetzt, oh, du bist geil. Oh, sogar Loopings und da ist auch schon die Arena-Leiterin. Hat die Kopfhörer an und was ist das? Ach, egal, ich werd jetzt erstmal heilen und ähm ne, ich nehm einfach mal normale Tränke, weil mit denen werd ich halt nicht mehr lange arbeiten und jetzt nehme ich nochmal einen Paraheiler für Terribag mal wieder und jetzt werde ich die liebe Arena-Leiterin ansprechen. Schöne Arena hast du hier? Da dreht sich bei dir von der Rasanten da dreht sich bei dir von der Rasanten Fahrt schon alles im Kopf. Gleich werden dich meine geliebten Pokémon richtig schwindelig machen. Uh, sexy. Oh man. Okay. Erstmal gegen ein E-Molga. Hätte ich das gewusst, hätte ich, ähm, obwohl, ne, eigentlich wäre das ja nicht so eine gute Idee, falls ich jetzt mit Let's Mario gestartet hätte. Volt wechsel, okay. Das heißt, E-Molga kommt direkt wieder zurück und, ja, jetzt ist die wieder ein E-Molga ein, Alter, das ist ja so toll. Hätte ich auch gemacht, von E-Molga zu E-Molga gewechselt. Richtig geil. Nochmal Kraftschub, damit Terribag richtig viel Power hat und dann werde ich nochmal einen Trank einsetzen. vor allem mit Terribag könnte ich dann alles wegbashen, wenn ich nicht wieder paralysiert werde, was ich auch irgendwie glaube. So, dann werde ich in den Beutel gehen und dann werde ich, ach ne, ich verwechsel das immer, dann werde ich einen Supertrank einsetzen, natürlich für Terribag Supertrank. Kling, kling, kling. Und dann kann ich, ach, der setzt schon wieder Wolltwechsel ein, ach, langsam nervt's aber, oder? Oh, weißt du was, jetzt hau ich voll drauf mit Knirscher. Äh, ach, Mensch, langsam nervt's mich aber. Äh, also, ganz ehrlich, ich habe keinen Kommentar dazu, keinen einzigen Kommentar. Äh, das kann natürlich alles wieder passieren. Ich glaube, ich werde hier gebashed. Oder vielleicht schafft's Let's Mario alleine gegen alles. Och, ne, äh, ach, ist mir egal. Eieieieiei. Äh, 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 äh. Nein! Och, komm schon, ey! Oh! Äh! Mann! Ich werde doch verarscht, oder? Ach, wisst du was, ich mache? ich wechsle zu Setzlinge. Okay. Boah, was soll das denn hier werden, ey? Ganz ehrlich, ey, als wenn es sie geahnt hat, oder als wenn sie es geahnt hat, das ist sehr schlimm. Okay, Lili, guck mir rein! Wenn Imolga jetzt schon wieder Aeroast einsetzt, gleich, dann, äh, ja, obwohl jetzt brauchen wir es gar nicht mehr zu machen, aber egal. So, ein Beleber für Terribark. Ich denke, das wird eine sehr gute Entscheidung sein. Ja, Aeroast, okay, mach, was du willst. Jetzt kommen nochmal Zurokeks ein und dann, dann wird Let's Mario, äh, ja, wird die Paralyse geheilt. Finde ich nervig, also, alles sehr effektiv. Mein Team ist gegen Flug-Pokémon sehr benachteiligt. Okay, Terribark, hau drauf. Volle Bulle, bitte. Bedroher, äh, Bedroher, Bedroher und dann Knirscher. Och, Mensch, das kann doch nicht sein, langsam. Ey, das ist so ein Noob-Kampf, ist da das? Und ich sehe schon, ein Part wird sehr lang, aber egal. Oh, kann ich ja nichts für. Ja, ne, ist klar. Ey, ich glaube, das war sogar mein erster Schlag auf das gegnerische Team, ey, das ist ja richtig blamabel. Ich meine, so schwach ist mein Team jetzt auch nicht, oder unser Team, eher gesagt. Och, Mensch, langsam geht's mir aber auf den Sack mit Voltwechsel, ne? Ich kann ja nicht wirklich was Taktisches jetzt machen, also, ich denke, Knirscher wäre eine gute Idee. Wieder. Ich werde einfach so viel Schaden machen, bis die irgendwann mal abkratzen. Das wird schon irgendwann passieren. Das ist ja auch nichts anderes, was die da macht, die ganze Zeit, diese komische Loop-Taktik da. Jetzt werde ich schon wieder heilen. Also, ich glaube, nein, ach komm schon. Aber ich heile ja auch. Also, nicht so schlimm. Dann mache ich einfach mal Kraftschub, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Geht mir lange auf den Sack. Bitte wird nicht paralysiert. Dankeschön. Und jetzt mach voran. Kraftschub. Also, wenn ich jetzt wieder so eine dumme Situation bekomme, dass die einen Volltreffer hat, also dann der kriegt die ja von mir ein Stinkefingerbild. auf jeden Fall hat jetzt Terribug Power ohne Ende und dann, wenn das jetzt vollbracht ist, ne, dann, äh, ich werde doch nicht angreifen, ich bin doch nicht bekloppt. Ich werde dann, äh, wieder einen Trank einsetzen. Äh, hier ist Terribug. Okay, mach voran. Oh, der Part wird eine halbe Stunde lang, hä. Und das nur wie diesem Loopkampf hier. Ich werde sowieso verlieren, aber ich versuche es wenigstens. Boah. Jetzt haue ich volle Bulle drauf mit Bodycheck. Mh. Ist mir egal, ob Terribug jetzt stirbt, ich habe wenigstens ein Pokémon getötet. Ähm. Ja, gut. Das andere kann wohl jetzt Mario besiegen, hoffentlich. Weil es ist ein Emulga, ne, also das kann nicht sein. Nein. Ach, okay. Ich sehe es ein, ich kann es nicht schaffen, dann macht es halt eben Henning im nächsten Part, der muss halt noch ein bisschen trainieren. Ich habe halt Scheiß-Pokémon neuem Team. Boah, ich bin in den Pokémon Center gerannt und ich bin gestorben. Okay, ähm. Darf ich? Ah, danke. Dann würde ich mal sagen, falls euch dieses Video doch noch gefallen hat, obwohl ich jetzt gerade verkackt habe, dann gebt doch einen Daumen hoch und lassen Komme jeder und im nächsten Part wird dann wahrscheinlich Henning die Arena fertig machen und wird nicht so blöd sein wie ich. Ich schreibe ihm nochmal, er soll trainieren, irgendwie im Gras oder so, offscreen oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es das mal von meiner Seite, äh, ja, bis dann, Tschüssikowski. Tschüssikowski.